Vielen Dank! Dankeschön, Mann, Geburt! Schön, dass ihr alle da seid! Vielen, vielen Dank! Dankeschön! Vielen, vielen Dank! Ja, sind wir schon wieder am Ende, weil die Zeit im Wind verweht. Eine Sache noch in eigener Geschichte, eine Geschichte noch in eigener Sache, so wollte ich sagen. Aber wir können uns bald und gerne wiedersehen, das war so ganz bald nicht. Es gibt ein Konzert, ein Adventskonzert, ein Solokonzert in der Johanneskirche am 27. Hälften. Da komme ich wieder nach Magdeburg und da wird es natürlich noch viel, viel mehr Musik geben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Meine Damen und Herren, liebe Freunde, erst mal herzlichen Dank, dass ihr mir heute hier die Ehre gegeben habt. Und wollen wir noch einen singen, ja? Zugabe! Jawohl! Ein Titel, der passt vielleicht ganz gut zum Abschluss. Also es ist ja nur ein kleiner Teil, 16 Titel sind insgesamt drauf. Und der letzte Titel, der heißt ganz einfach, Adi!